In dieser Niedrigkeit seiner Bettlerarmut im Geiste hat er das Einsein mit dem Vater erreicht. Vater, du hast alles, ich habe nichts und ich brauche auch nichts. Jesus hatte kein Selbstgefall an sich selbst, auch nicht in seiner Demut, selbst als er am Kreuz hing und gekreuzigt wurde und so weiter. Wo sein ganzes Ich, seine Persönlichkeit vernichtet wurde, wo er sich selbst entleert hat, seine ganze Ohnmacht. Vater, du bist. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das war Jesus. Er wurde angespuckt, geschlagen, die Dornenkrone wurde ihm aufgesetzt, wie ein Verbrecher in Schmach und Schande behandelt, wie ein Mörder stirbte am Kreuz. Das war Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Kannst du dir das vorstellen? Lebe, bleibe in der Gegenwart Gottes, egal was da passiert. Jesus zeigte uns und hat uns demonstriert, was Gott von uns erwartet, wie wir in das Reich Gottes kommen, was der Wille Gottes ist. Unser Weg ist der Weg dem Lame nach, im Tal der Todesschatten, betrogen, so wie dieses Schweinchen vom Bauer, ich liebe dich. Und dann gleich wird er Elektroschock bekommen, schrecklich. Verstehst du, das erlebt, erlebt Jesus. Und es wird zum Bierschinken gemacht oder Kochschinken. Nur arme geistliche Bettler bekommen in den Himmel die Glückseligkeit. Und Jesus ist der Anführer zu Gottes Seligkeit. Halleluja. Er ist der, der uns voranging, ohne Selbstgefälligkeit. Er zeigte uns Menschen den Weg zum Vater. Er wurde bettelarm, nicht einmal Platz in der Herberge gehabt, ließ sich erniedrigen. Ja, kam runter von seiner ganzen göttlichen Eitelkeit. Ich kann alles. Er hätte aus den Steinen Brot machen können, aber er hat es nicht gemacht. Er entleerte sich vor Gott. Und dann kam die ganze Fülle Gottes über sein Leben, als er dann am dritten Tag auferstand und das Leben verwirklichte. Nur so, ihr Lieben, werde ich bleiben im Hause des Herrn immer da. Und Gott hat ihn auferweckt und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Lob und Dank. Das ist das Ergebnis eines gottgefälligen, gottseligen Lebens. Nur dann, ja, in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott, auf dieser Ebene wie Jesus, können wir den Himmel erreichen. Halleluja. Lieber Jesus, du hast gesagt, bleibt in mir und ich in euch und dann werde die viel Frucht bringen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns einen sehr wunderbaren Ort zubereitet hast, wo kein Leid, keine Träne, keine Angst, kein Geschrei, kein Tod, auch kein Coronavirus ist und gar nichts, Herr Jesus. Du hast uns einen seligen Ort zubereitet und bei dir sind wir in Sicherheit. Oh, wir können mit Fanny Cross besingen, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Halleluja. Ich bin bei dir geborgen. Und meine Geschwister, wo sie auch jetzt im Augenblick befinden, sie sind bei dir und in dir geborgen. Du bist ihr Hirte. Und deine Gegenwart geht mit uns, so wie die Wolkensäule mit Israel gegangen ist, so geht deine Gegenwart mit uns, wo wir auch hingehen auf Schritt und Tritt. Halleluja. Hier haben wir vielleicht Angst, hier sind wir traurig, vielleicht schockiert, vielleicht erschrecken uns, aber Lob und Dank, deine Gegenwart erquickt uns. Oh Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, all meine Geschwister, irgendwo dein Wort, die ich gerade jetzt hören, erquickt ihre Seelen. Vater, in Jesu Namen. Amen.